ladies and gentlemen herzlich willkommen bei starfield alle alt gedrückt und mir ist die energie zuzuweisen okay dann Und wohin? Ach, Abo, woher? Recht ordentlich. Haben wir hier Wasser. Benzol. Ach, hier haben wir Benzol. Guck, dann brauchen wir das und dann... Habe ich jetzt eigentlich... Oh nein, was? Wir werden angegriffen. Wir müssen Ihre Schilder deaktivieren. Laserwaffen sind dafür besonders effektiv. Ja, stell dir vor. Haltet das Schiff in der Mitte des Hand, dann können wir es verpassen und eine Lenkrakete erfeuern. Die gegnerischen Schilder sind unten. Ballistische Waffen beschädigen die Hülle, wenn die Schilder offline sind. Ja, mein Lieberstuhl. Wunderbar, wunderbar. Das war das erste Raumschiff. Glückwunsch. Du hast deinen ersten Raumschiffangriff überlebt. Käpt'n. Lass uns das Wagen nach Ersatzteilen und anderem Bergungsgut durchsuchen. Du musst nah ran, damit wir die Überreste betreten können. Wow, nukleare Brennstäbe. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Keine Ahnung, was man damit macht, aber okay. So, das habe ich ja schon geplündert. Wie ist das? Uh. Oh, nein. Ja, die Schilder sind da unten. Na ja, du bist erledigt. Na komm. Und zu Papa. Lockheed. 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 Wir haben den Graben drüberwischt. Ui. Hihi. Die Möglichkeit der Crimson Fleet ist weitaus größer als erwartet. Wenn das so weitergeht, könnte unsere Mission durch ihre unbefülllichen Angriffe tatsächlich gefährdet werden. Sie sind hinter der Frontier her und werden nicht aufhören. Wir müssen uns um den hiesigen Käpt'n der Crimson Fleet kümmern. Ein Pactoela-Scan zeigt eine verlassene Anlage. Auf dem nahe gelegenen Mond von Creed. Ein perfektes Piratenversteck. Okay. Wo soll man hingehen? Irgendwo nach Creed. Ach da. Das hier? Das da. Dann reisen wir doch mal. Ja. Jawohl. Der hat viel, viel, viele Sachen drauf. So, dann gehen wir mal raus da. Kaut euch mal die Feiglinge an, ey. Okidoki. Dann. Fangen wir mal an, das Zeug zu scannen. Okay, da hinten landen sie. Auch nicht schlecht. So, wir haben acht Ressourcen, drei Pflanzen und drei Tiere. So. Wir haben ja Gott sei Dank viel Zeit. Blei. Da hinten haben wir sogar ein Tierchen. Jetzt fehlt uns noch Wasser und das eine seltene. Oha. 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 Au! Komm, mach'n kalt! Aha, der nächste! Das ist das erste Tierchen, da haben wir noch mal das zweite Tierchen. So, was haben wir denn alles? Ja, jetzt fehlt uns nur noch dieses Neon. Wo das natürlich gibt, keine Ahnung. Wollen wir schon finden. Das werden wir schon finden. Aber wir haben sieben von acht Ressourcen schon. Jawoll! Wir haben einen Skillpunkt. Für jeden Stufenaufstieg erhältst du Skillpunkte. Jeder Skill schaltet Herausforderungen frei, schließe diese ab, um Skillpunkte zu erhalten, indem du den Skillrang erhöhen kannst. In der oberen Reihe siehst du die Einsteiger-Skill, die Reihe darunter sind so lange gesperrt, bis du minimale Anzahl an Skillpunkten in dieser Kategorie ausgegeben hast. Okay, wir haben hier ballistisch. Das haben wir ja schon. Unser Wohlbefinden. Und was haben wir noch gehabt? Und fliegen. Genau. Wir nehmen auf jeden Fall Schlösser knacken. Ganz klar. Wir brauchen auf jeden Fall Schlösser knacken. Vorsichtig, Captain. Alien-Kreaturen sind oft unberechenbar. Egal, dann grillmöße. So. 50% haben wir schon. Das ist doch schon mal etwas. Okay, wir haben ein Forschungslabor, dann gehen wir da nochmal rein. So. Komm mal. Stellen wir uns da wieder hin. Äh. Komm ich runter. So glaube ich, oder? Ja. Okay. Ähm. Okay. Ähm. Okay. Ähm. 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 So. Okidoki. Dann rein da. So. Wir nehmen natürlich alles mit, was an Wert hat. Ganz klar. Was natürlich keinen Wert hat, nimmt man natürlich nicht mit. Warte mal. Spiele. Merkwürdig. Die Symbole sind von den United Colonies. Hier sind sie doch im Freestar-Kollekt-Hilfe-Raum. Gutmaßlich war das also eine geheime UC-Anlage. Anscheinend, hm? Simulantien. Was kann man denn da? Ah, das ist wertvoll. Das ist wertvoll. Was ist das? Das Schwerkraft-Paradigma. In Wirklichkeit können, äh, das, was unsere Wissenschaftler damals nicht wussten, äh, Bände füllen. Der Fokus lag natürlich auf Wurmlöcher. Und zwar nicht nur hinsichtlich des Erzeugnis, sondern auch der Beibehaltung einer stabilen Einstein-Rosenbrücke. Das war das Ziel der Endpunkt. Niemand hatte auch nur in Erwägung gezogen, dass es vielleicht erst der Anfang wäre. Wenn wir die heutigen, äh, äh, Antriebstechnologie betrachten und sehen, mit welcher Lichtgeschwindigkeit wir den Raum falten und in Sekunden Lichtjahren zurücklegen kann, man schnell vergessen, wie unmöglich das von uns Erreichte eigentlich war. Doktor Josefine in, was, in Naturs, bahnbrechendes Werk geht über 300, äh, 535 Seiten weiter und wurde zum meistbetrachteten Text über Grafantriebe und Grafsprünge aller Zeiten. Okay. Das habe ich auch nur mitgenommen, weil es, weil es was wert war. Ah! So, was haben wir denn hier Schönes? Hm. Nö, da ist sonst nix. Der ist noch was wert. Uh, der ist was wert. Der ist auch was wert. 90, naja. 55. Nimm halt wirklich nicht alles mit. Mach schon mal Geld. 209 Credits. Papiertücher für später mal. Wenn man mal auf die Toilette muss und dann plötzlich mal sich die Nase putzen muss oder so was. Ich putze mir nur die Nase. Essenspaket. Oh. Das nehmen wir mit. Feuerlöcher. Oh, 105. Schon praktisch mit dem Scanner. Ja. Bücher. Bücher. Das. Aha. Okay. Komm, lauf. Ich werde dich nicht in den Weg. Minossäuren. Hier? Hier kann es sein, hier muss ich zu erledigen. Oh. Au, 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 au. Iii, au. Vasco, magst du mal was? Im Kampf ruft Barrett oft. Peng, peng, peng. Ich weiß nicht warum. Weil Barrett einfach nur ein Kasper ist. Weißt du? Anstatt peng, peng, peng zu rufen. Wie wäre es mal, wenn du es einfach mal mit anpacken würdest? Mann, da. Beim Trinken. 75 Dollar, Alter. So, jetzt haben wir eine Grendel. Nee, da ist nichts. Das nehmen wir mit. Kraken, okay. Da gibt es Toilettenpapier. Da haben wir Toilettenpapier mitnehmen von Anfang an oder was? Der Terror-Mars ist frei. Ich geh hole den Terror-Mars ist frei. Nicht angriffen. Berlin ist bis zum... Nein, nein, nein. Oh Mann. Das war der Wahnsinn. Team ist United, Colin. Steck was in den Käfig, wenn du dich gehst. Wir haben anscheinend sichtlich Spaß, hä? Ratspule. Das sollte man mitnehmen. Man hier, Handel. Ja, kann man ein bisschen trainieren gehen. Das hat er auch im Wert. Wollen wir mal. Wollen wir mal hier? Nix. Nö, 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 nö. Dartspiele. Dietrich. Du hast auf zufällige... Okay. Das nehmen wir mit. Ich weiß, der war gerade safe. Oh. Wollte ich jetzt eigentlich nicht mitnehmen. Okay. Fülle alle freie Schlitze, um das Schloss zu öffnen. Wähle einen Schlüssel, dann dreh ihn, bis er in die Lücke passt und lass ihn einrasten. Jeder Schlüssel kann nur einmal verwendet werden. Okay. Der würde da reinpassen. Und der würde da reinpassen. Okay, dann haben wir das schon mal. Tag. So, und du kommst... Nee, du kommst nicht daher. Wo kommst du daher? Wo kommst du daher? Nicht schlecht, nicht schlecht. Nächster Raum, Kaffeemaschine. Cool. Alienbriefbeschwerer, okay. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Was zum Essen. Das genauso. Das kommt mit. Munition und Waffen natürlich immer mitnehmen. Ja gut, immer nicht. Wenn man dann rausgefunden hat, wie man am besten Geld macht. Nein, das war leer. Scheiße. Oh, der ist explodiert. Wo haben wir denn da noch welche? Da hinten ist noch einer. Er ist auch hier. Noch einer. Noch einer. Anscheinend nicht. Okay. Dann gehen wir wieder da runter. Und fangen mal an zu looten. Erstmal alles aufmachen hier. Wenn man denn hier schön ist. Ja, den nehmen wir mal mit. Den nehmen wir mal mit. Oh, der ist nix dran. Okay. Mal hier irgendwo was. Nö. Auch nichts. Den haben wir mal leer gemacht. Den haben wir auch leer gemacht. Oh ja, 240. Das lasse ich nicht. Lasse ich mich nicht lumpen. Hoch den Humpen. Oh, der hat aber viel Geld dabei. Der hat da Geld dabei. Der hat Dietrich hier dabei gehabt. Oh, der ist. Das ist gut. Natürlich kriegt man nicht den Wert, was angezeigt wird. Weißt? Aber man kriegt schon einen gewissen Teil. Ach, du Schande, ey. Die haben ja richtig Kohle, ey. Oh, war das jetzt leer? Ich hab das nicht gelesen. Ich weiß bloß, dass Sprudelwasser es war. Mitgebeck. Mitgebeck. Rändel. Das ist wertvoll. Was haben wir denn hier drin? Mitnehmen. Das... Nein, das ist nix. Mitnehmen. Bühler. Jawohl. Also den nächsten Punkt würde ich gerne im Blüntern rein tun. So, hast du wieder Geld? Oh, der hat ja auch wieder Geld. Oh, wie schnell man an Geld kommt hier, ey. Wird gleich voll sein. Nimm mal mit. Mal hier. Ja. Ja, ja. Mal alles mit. Richtig auch noch ein Tod da. Das ist nichts. Ja, ja. Letzt ja auch schon gesagt. Es wäre unknug. So viele Gegenstände. Der Zelt zutragen. Jetzt bin ich voll. Es ist immer, wenn der Begleiter seht, ah, es ist unknug, so viel zu tragen, bla bla bla. Dann ist es meistens immer fristvoll. Verliehen wir mal was. Unterstützung feier. Rubi, magst du mal was? Wie wäre es mal? Ja. Das ist es nicht mehr. So, noch einer? Nein? Okay. Zeit zum Looten. So, mal gucken. Oh, ja. Das ist da da, das ist da da. Broschüre, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Oh, der hat wieder Geld. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld wir schon haben. Sind das überhaupt Molekülextraktor? Achso, deswegen ist der so teuer. Ja, dann brauchen wir auch noch einen Skillpunkt in Handeln. Ganz einfach, ganz klar, weil schließlich wollen wir ja das auch irgendwie Gewinnbringend mal losbekommen. Würde ich mal sagen. Oxid, okay. Was ist das? Wissenschaftliche Probe. Achso, mal ein Molekülextraktor. Warte mal, ich kenne dir eigentlich... Captain, das Indigo-Protokoll schreibt vor, der Objekttausch-Protokoll aktiviert. Das ist doch schön. So, ich gebe dir jetzt mal ein paar Sachen. Wollen wir mal gehen. Wollen wir mal da. Oh. Ich will eine Grendel. Mindestens eine Grendel. So, was haben wir denn hier? Was habe ich hier? Gesundheit, okay. Tragerkapazität. Notizen. Ja. Sonstiges. Alles rein hier. Nein, er ist voll. Danke. So, er ist voll. Ich bin leer. Das ist wunderbar. Kann man weiter sammeln. Oh ja, der ist gut. Der ist gut. Sonsten ist da nichts mehr. Und das? Lasche. Gut, dann gehen wir mal hoch. Und gucken mal. Was wir noch so alles finden. Übrigens, wir sollten mal, bevor ich das vergesse, unsere Waffen, mal ausrüsten. Dass wir nicht dann dastehen und ständig immer den Cutter nehmen müssen. Aber wo Cutter? Waffe. Was macht man Cutter für Schaden? Der hat 30 TBS. Die anderen haben wohl mehr. Aber der ist halt kostenlos. Das ist halt das Schöne dran. Das kostet mich nichts, wenn ich den Cutter benutze. Der Nächste, der tot ist. Da liegt Geld. Notfalls-Late. Notfalls-Late. Er ist frei. Der Terror-Morph ist frei. Wir können ihn nicht stoppen. Als wir das Neurade-Steuer-Interface zünden wollten, ist er total ausgeflippt. Hat die Sicherheitskammer zerfetzt, als wäre sie aus Papier. In nur einer Minute hat er Michelson-Corp und Sumatri getötet. Keine Ahnung, wo er sich jetzt befindet. Er ist tiefer in die Anlage. Ein Sicherheitsteam ist hinterher, aber... Sobald ich weiß, dass es sicher ist, laufe ich zur Kommstation und rufe die Kavallerie. Hier spricht Hayden Wynn, leitender Xenobiologe. Ich hätte auf meine Eltern hören und Zahnmedizin studieren sollen. Okay. Ja, er ist doch mal auf Mama gehört. So. Ah, schau mal. Schlösser knacken. Wird auch langsam. Also ein Terror-Morph ist... Keine Ahnung, was ein Terror-Morph ist. Ich erfasse in der Nähe einen Tresor. Wir könnten seinen Inhalt nutzen, sofern die Diggi-Dietriche bei sich haben. Und es mit persönlichen Besitz nicht so eng. Nein, ich sehe es nicht so eng. So. Alter, da liegen aber viele. Busche, Rauben. Sonst noch irgendwas? Was ist denn das? Notfall Slate 2? Wir sind alle tot. Die Kompensation ist zerstört. Der ganze Raum ist zerstört. Wir können keine Hilfe rufen. Ich höre den Terror-Morphs irgendwo brüllen. Und Leute, die schreien. Ja, prima. Gut. Knacken wir mal Schlösser. Ach, der wäre cool. Können wir da her tun. Und dann... Räuchten wir... Den machen wir so. Den machen wir so. Und den machen wir so. Und den machen wir so. So. Und... Wie viele Credits haben wir... Oh. 3.400. Das ist zwar nicht reich, aber... Okay. So, meine Lieben. Wir machen hier einen Cut. Beziehungsweise einen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr da wart. Denkt ans Liken, kommentieren. Abonnieren. In diesem Sinne... Noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.